ein wunderschönen guten morgen wir haben hier karten vom achtsamkeit für dich gut weibs 50 karma kärtchen von aas edition und ich finde schon die haben wunderschöne motive auf der rückseite ich gerne 1 aussuchen dürft so eigentlich sind sie für beide für den tag aber wenn es euch danach ist euch jetzt hier eins der speziell auszusuchen dürfte das gerne tun die erste karte ist schön dass es dich gibt achtsamkeit kannst du auch in freundschaften und beziehungen anwenden oder auch in gesprächen mit neuen bekanntschaften höre aufmerksam zu was tier deine gegenüber erzählt und lass dich nicht von einem klingenden handy ablenken versuche voll und ganz für die andere person da zu sein zu werden deine begegnungen noch viel intensiver schön oder die zweite karte ist pures vergnügen laufe heute einmal wieder barfuß über eine wiese das kopfsteinpflaster deiner stadt den flauschigen teppich in deinem schlafzimmer und fühle ganz genau wie sich der boden an deinen fußsohlen anfühlt schön ich wünsche euch auf jeden fall einen wunderschönen tag macht das beste draus bleibt im positiven denken tschüss 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 Untertitelung des ZDF, 2020